Hallo, hier ist Ronja und heute spielen wir wieder mal Heidens Sieg und zwar diesmal auf der Endman Map, ich kenne die noch nicht, Flo und Tops haben die wohl schon mal gespielt, die ist richtig cool, richtig fancy, es gibt einen Haufen Resource Packs, die man auf Insta leben muss, ich bin sehr gehypt und sehr gespannt und ich glaube das wird das beste Heidens Sieg, was wir jemals hatten, also lass uns anfangen. Ich wollte Ronja, klicken wir hier Heidens, ich möchte Elite Heidens Sieg, wir haben ja schon gespielt, Pizz Heidens Sieg, wir haben gespielt, Spongebob, äh, Kosse Grabe Heidens Sieg, ja, und wir haben gespielt hier Heidens Sieg, oh, ok, Ronja komm, ich bin dieses Männchen, das ist genauso, das ist ja, ok, ok, lauf weg, auf her, ok, wir sind ja schnell hier, ich bin, wirklich fast, oh mein Gott, gibt's hier vier. Ey, stimmt! Stimmt! Auf dieser Map haben wir Toops den allererstes Video aufgenommen. Ja. Eigentlich ein bisschen Fleischbeck da. Oh, Rony, komm her! Schau mal, schau mal, schau mal. Warte, warte, ich muss mich jetzt verstecken, ich kann nicht schauen. Komm her, komm zu mir! Ich weiß nicht, wo du bist! Aber egal. Doch, ich seh dich! Oh mein Gott! Ey, voll gut, jetzt. Oh mein Gott, okay. Oh mein Gott, das ist so groß. Das ist bestimmt furchtbar für den armen Heide. Das ist richtig groß. Also, du musst auch schauen, Rony, es gibt überall auch so versteckt, es gibt geheime Schlüssel hier. Ich bin... Und es gibt viele Dinge. Ich suche nach verschiedenen Schlüsseln. Aber ich schleiche natürlich, der mit meinem Namen nicht gezeigt wird. Ja, hier sieht man den Namen nicht, Rony. Hier sieht man den Namen nicht. Das ist auch ein Vorteil von uns. Aber... Ey, Rony, wenn du gut in Jump'n'Run bist oder Parcours... Du weißt, mit wem du redest, oder? Achso... Oh, Loll! Rony, ich hab dich gesehen, ich bin über dir. Rony, ich teile uns das Schicksal mit dem... Rony, komm mit, komm mit, komm mit. Siehst du recht? Wo kommst du denn auf einmal her? Komm weg, komm, komm. Okay, ganz ruhig. Bist du denn? Du warst einfach da auf einmal. Schau mal, Rony, das ist ne geheime Raum. Wenn du Schlüssel hast, geh hierher. Den hab ich schon gesehen, aber ich hab noch keinen Schlüssel gefunden. Komm mit, Rony. Alles klar. Oh, du kriegst auch Feuer weg. Interessant. Warte mal, erst machen, wenn wir irgendwo sind, wo er uns nicht sieht. Interessant. Komm mit mir. Halt! Ah! Es liegt in uns. Ah! Falsche Richtung. Taktischer Rückzug. Wee, 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 wee. Wee, 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 wee. Wie Patrick. Mann. Ich wollte euch grad viel kriegen können. Ja! Oh mein Gott, ob's abhängst. Okay, sehr gut. Ich bin die andere Richtung gerannt. Oh mein Gott, ich glaub's, ich glaub's bei mir. Oh nein, das ist nicht gut. Obwohl, das... Was schrinkt das? Wenn du die wegwirfst mit Kuh, schrumpfst du für so 20 Sekunden und bist richtig klein und topst dann nicht richtig gut hinten. Okay. Also benutzt das, wenn du auf der Flucht bist. Okay, ich merk's mir. Wenn du leckst, topst ich nicht. Okay, ich hab ein gutes Versteck. Unmöglich, ich hab auch ein richtig gutes. Ja, ich will laufen. Du leckst das, okay? Du leckst das, okay? Wir laufen. Ekelig. Oh, ich seh dich. Aber bei mir packst du nicht drum topst. Ja. Ey, Leute, wer damals schon geschaut hat, ihr... Ja, ich weiß, dass du ins Sprinten so backst. Oh ja, ja, wo du so gefordert bist. Hallo! Oh ja, wo du so gefordert bist. Hallo! Ja, ich bin mir nicht geworden. Warte, warte. Ja, jetzt hab ich auch den Sprint backst. Wo ist denn der Tobias? Ich krieg dich noch, Flo. Ey, Ronja, pass auf! Ich krieg dich noch. Oh, ich seh, ich seh, ich seh. Bleib stehen, Flo, ich krieg dich noch. Nein! Oh mein Gott, immer hilf mir! Ich kann nicht! Oh mein Gott, so knapp! Oh, warte, warte, warte. Oh, er hat dich gefunden. Ja. Jetzt bin ich ebenfalls im Team der... Ja, jetzt bist du auch im Team von Tops. Hä? Ey, ey! Ja, ich bin schon gefunden. Wirst du mich noch mal finden, oder? Ich bin entkommen, ich bin entkommen. Sehr gut. Deinetwegen ist der jetzt entkommen. Okay, ihr werdet mich aber nicht kriegen. Ich hab den jetzt schon zweimal gespielt, Leute. Easy Vorteil. Wer mich schon damals geschaut hat, im August, der weiß das, aber apropos, Leute. Ich weiß, wann die heutige Folge rauskommt, aber ich werd am, ich glaub, 28. Februar treffen wir uns, Herr Ronja, oder? Ja. Stimmt. Ronja und ich werden uns das allererste Mal in echt treffen, auf der Team Melone-Tour. Und Ronja wird dabei sein in Bremen und in Darmstadt. Also, Leute, falls ihr mich und Ronja treffen wollt, dann bit.du slash melone, oder, Ronja? Ja, richtig. Würde ich auch empfehlen. Bit.du slash melone. Bit.du, warte mal schon, ich schreibe mal. Bit.du slash melone. Genau. Wichtig, dass man da... Oh Gott, warte. Wo ist denn Flo? Ja! Du hattest grad'n Leck. Das war grad'n Leck, ja? Das war kein Ernstgenommener-Kill. Alles klar. Ich versteck'n noch. Warte. Auf geht's, auf geht's. Das ist aber ganz geil. Aber, naja. Ey, Ronja, warst du schon mal auf irgendeinem Auftritt hier, gell? Nee, ich hab keine Ahnung. Hast du schon bei der Schule irgendwie so eine Präsentation vor der Klasse gehabt? Also, ich war in der Schule, in der Grundschule, im Chor, ja? Und... Wir hatten so Theater aufstücke. Ich hab mir überlegt, ob ich so Theater mache. Kennst du das? Ja. Ja, genau. Wir hatten Theater und wir hatten Chor. Und ich war zu feige, in Theater zu gehen. Und ins Chor warst du auch bei den Auftritten dabei, deswegen... Ist das, Ronja, kannst du singen? Ronja, sing mal. Ich kann wunderschön singen. Let it go! Let it go! Ich hab gehört... Ey, weil... Ey, Tobs, wenn du nur singst, like... So, let it go... Oh, 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 oh... Was, ey, ich bin in unserer Karaoke-Folge. Ich hab gehört. Ey, stimmt. Was wollten wir noch machen? Ich hab's fast vergessen. Leute, wir haben's nicht vergessen, wenn wir die Folge hatten... Wir haben's nicht vergessen. Außer... Außer Flo, der hat's vergessen. Wo seid ihr denn jetzt? Ey, Ronja, wir sind nicht von dir. Ronja, ich seh, ich guck mal nach oben. Bleib stehen und ich schau mal nach oben. Oh! Hallöchen da oben. Na? Hallo! Alles gerade crazy. Oh nein! Ich bin... Ich wollte heroisch hinterher springen, aber... Ey, Tobs, hol dir mal einen der Schlüssel. Aber kein Problem. Ich hab die Fährte aufgenommen. Nein, hast du nicht? Doch. Ich bin grad an der Treppe gefallen. Nein, nein, das ist nur Toph, der riecht immer so. Warte, ich hab gedacht, hier ist ein Durchgang. Hier ist gar kein Durchgang. Warte, warte. Warst du gerade bei mir denn hier, oder? Jedenfalls, Leute. Ähm, was wir sagen wollten. Ronja, ich freu uns beide schon... Wir freuen uns mega auf die Tour. Wir freuen uns richtig, Leute. Weil ich mach... Wer möchte Kommentare liest, das ist eines. Aber wenn man euch so ein Echt trifft, oder so... Oh, 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 oh. Hallo, Florian. Da, 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 da. Ja, in Leipzig ist vielleicht Tobs dabei. Ich stehe noch nicht hundertprozent fest, aber 99 Prozent. Oh, ich weiß das. Ey, Tobs. Ey, Tobs, das ist richtig mies, wenn du dort hingehst. Was? Bist du denn? Ronko? Ronko? Oh nein, ich bin untergefallen. Oh, 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 oh. Wir sind beide gerade unten. Oh, oh. Aber Ronja, wir... Wir werden sie nicht fangen. Oh, 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 oh. Seid ihr? Ey, Tobs, kommen wir wieder im Serverraum. Ja! Oh mein Gott, wieso tut ihr das? Auf geht's. Ey, Tobs, mein Realtalk. Bringt das Serverraum irgendwas aus, dass du nicht... Hä? Hä? Stopp. Hä, Flo, ich bin gerade bei dir gewesen. Hä? Was? Ich bin grad... Ich schwöre dir, ich bin gerade durch, nicht durch, genau. Oh, ich selber Raum. Hier! Haha, ich hab Ronja geschlagen. So, Junge, Vorsicht. Mit links oder rechts klick? Ey, mit links klick! Ey, Ronja, du... Das war kein Mädchen, das war... Ey, aber... Ich mein, der Charakter ist gespielt. Der Charakter ist, äh... Das ist... Aber ich glaub, der Charakter ist auch ein Mädchen von Ant-Man. Ich hab den Film mittlerweile auch gesehen. Ich hab den Film mit dabei auch gesehen. So, hör doch mal auf zu rennen, du... Mann! Ey, da hab ich Ronja gefunden. Okay. Aber nicht, was heißt... Was heißt, Tobs hat jetzt, äh, wenigstens, äh, ein bisschen Konkurrenz, okay? Weil... Ich mein, Ronja kennt die Map durch wirklich, dass es noch nicht so 100% fair. Überhaupt nicht. Ich hab keine Ahnung. Du bist mein Respond nicht mal, ich werd instant transformiert, gell? Ja, du hast... Genau. Alles klar. Auf geht's. Okay. Hast du den... Ja? Okay, dann geh ich zurück in den Serverraum. Nein. Alles klar. Ey, im Serverraum. 100%ig ist er drin. Tobias! Ist er drin. Ist er drin. Ey, wie ist Ronja? Er ist er drin. Ey, ich wette! Ja? Euch sehen! Nice. Ich schnapp ihn dir. Ey, du wettest? Bei dem Geheimgang in die Küche, wo wir waren. Richtig, die Küche, ich erinnere mich. Ja, ja. Klar. Tops. Weiß genau, was du meinst. Sehr gut. Guter Arbeitsteam-Kollege. Alter! Ja! Ey! Ey! Von mir ist alles so richtig aufgehaktiert. Auf geht's, auf geht's. Ich bin noch einmal heiter und dann bin die nächste Runde sicher. Okay? Wer will das nochmal... Ich geh raus, sieh'r. Auf geht's. Auf geht's, auf geht's, auf geht's. Ronja, du hast noch ne Chance, okay? Aber du kannst dich schon mal den Map anschauen, gell? Ja. Es gibt wirklich viele geile Geheimgänge. Ich kenn mich jetzt besser aus. Richtig gut. Ist ganz oben. Aber du musst zurückzukommen zur Tour. Ich bin heute gespannt. Ich hatte schon zwei deutsche Autogrammstunden quasi. Stimmt, du hattest ja schon mal auftreten. Ja, im Anfang November hatte ich das. Ich glaub, das war grad, wo du zukamst hier, oder? Ja, ja. Ich hab nur am Anfang mitgekriegt, dass du da... Ich glaub auf Instagram oder sowas ne Story hattest. Ich war so, oh, ja, richtig. Da war was. Ey, das war so mal testweise. Und das war alles ausverkauft, ja? Ehrlich? Also Leute, deswegen, wenn ihr was haben wollt, holt euch am besten jetzt sofort auf Bitten und Deutschische Melone. Sonst ist es ausverkauft, ja? Ist alles leer. Wir haben sogar jetzt noch plus nochmal 10 VIP-Tickets aufgestockt hier. Also wenn ich weiß, dass VIP bringt es quasi so ein Bonus-Upgrade für euer Ticket, wo ihr quasi dann ein Meet & Greet mit mir und Ronja quasi privat bleibt, wo ihr mit mir nur so ein bisschen reden könnt hier. Ich weiß, hab ich das gleich schon gesagt, Ronja Nüge? Doch, das ist der Grund, warum ich 4 Uhr nachts aufstehen muss, um nach Bremen zu fahren. Ne, aber ich muss sagen, ich muss sagen, vielleicht... Ich werd wahrscheinlich nen Vlog drehen oder so, oder? Ich weiß nicht. Hast du ne Kamera oder sowas? Dann kannst du vielleicht auch nen Vlog machen. Ich hab ne wunderschöne Handy-Kamera, die kann einwandfreie Vlogs finden. Handy-Kameras? Mittlerweile sind die ja nicht mehr so schlecht. Also ich hab nen Camcorder... Oh, ich hab da grad jemanden gespottet. Die sind gar nicht so schlecht. Also mein Camcorder ist nicht so gut wie meine Handy-Kamera. Oh, warte mal! Ich mach mal hier den Drop-Down. Oh, hi, Ronja. Oh, hallöchen. Oh nein! Oh nein, oh nein, oh nein! Und rauf das Ding, rauf das Ding! Oh oh! Flo wird schon wieder! Mann! Wieso bin ich so schlecht? Bist du gefallen? Nein, ich bin gesprungen! Oh mein Gott! Wo bist du? Wieso bist du... Wieso bist du immer weg? Ich versteh's nicht. Ich versuch jetzt mal neue Gaming zu finden. Es gibt eben so viel... Was? Mach's nen Chaos, wo grad? Ohhhh! Ah, da oben! Da wuselt jemand. Ey, Ronja, ich geb dir nen Tipp. Okay, guck mal, hier bin ich. Ich seh dich. Ahhhh! Ich hab dich. Ich hab dich. Ich hab dich. Tobias! Hör auf dich vorzuspritten. Ihr seid beide hier. Ich hör einfach. Ich wusste doch wegen. Was kann das sein? Ahhhh! Ey, warum bin ich... Ich wollt mein Tops noch gefunden. Wir haben beide gefunden. Alter, Rode hat uns grad richtig viel gemacht, Tops. Ey, komm. Wir brauchen nur mal einen Haider, bitte. Wir brauchen einen Wind hier, wo wir... Es kann doch nicht sein. Rode, komm mit. Lass mich hier in Geheim in Geheim bringen. Okay, das ist so geheimlich, dass... Okay, okay. Okay, okay. Wie geheim ist der? Okay. Immer gut. Immer wichtig. Es gibt hier... Ich mag, dass wir nicht heil sind. Ein paar Schleppgänge. Ja, ein paar, die so übelst versteckt sind. Okay. Wie zum Beispiel hier das Aquarium, wo ich auch mal drin war. Lass mich hier weiter... Weiter hier in diese Richtung gehen. Wie will ich Tob sagen, damit er auch nicht weiß, wer wir sind. Ja, in die Geheimrichtung. In Sektor C. In die Geheimrichtung. In Sektor C. Oh, Sektor C. Für was steht Sektor C? Ich werde jetzt die Jacke gehen. Sektor... Sektor C steht für Bitpunkte. Richtig. Ey, ich bin meistens hier oben, aber das ist echt schon... Warte mal, lass mal schauen. Okay. Das ist aber nicht gut, wenn du sagst, du bist meistens hier. Warte. Lass uns in Sektor F gehen. Oh, warte mal. So. Kann man nicht hier... Oh! Oh mein Gott, Ronja, Ronja, Ronja. Komm her. Ich weiß nicht, wo du bist. Oh nein, oh nein. Nenn mir den Couch knife. Dank. Okay, geil. Ronja, wir teilen uns auf. Okay, Plan C. Auf geht's. So, rein hier unten. Oh mein Gott, ich hab den perfekten Plan. Alter, ich hab auch einen richtig guten... Wo hab ich euch gesehen? Übrigens der Schlüsse ist nicht oben, Ronja. Der ist entweder in der Küche oder in dem Zeichenraum. Okay. Wusste ich. Ja, nice. Okay. Das heißt, wenn du irgendwo bist, das ist so ein Knopf. Du siehst, ob bei diesen... Wo so ein Text steht, Key to be found oder so. Ja. Ich bin mir sicher, dass es hier irgendwo einen Geheimgang gibt, wo ich gerade bin. Es kann nicht sein, dass hier keiner ist. Ich suche jetzt. Ey, es gibt locker wirklich. Kein Schwarz. Als Sieger findet man meistens der Sieger. Ey! Ey! Ups! Ich bin froh, dass ich mich von Flo distanziert habe. Ey, Ronja! Wenn du das jetzt gewinnst, dann bist du eine... Ich hab auch mal geschrien wie ein Mädchen. Uuuuuh! Da schreit das Mädchen in mir. Genau so wie von... Oh! 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 Das hab ich gehört! Du hast es gehört, aber du hast es nicht gesehen. Am Dach. Am Dach. Am Dach. Am Dach. Am Dach. Du bist am Dach. Ich bin nicht am Dach. Ich bin nicht am Dach. Wenn ihr einer am Dach bist, dann ja wohl du. RONJA? Also echt mal. Aaaaah! Schulkashell! Aua, stimmt! Schulkashell gibt Bonus-Effekte! Warum... Aaaaah! Was tue ich hier? Stopp! Rückzug! Ne, Ronja ist nicht am Dach übrigens. Geh weg von mir! Von mir! Von mir! Hä? Hä? Ops, das bin ich! Hä? Hä? Ja! Hier ist sie! RONJA! Nein! Okay! Ich hab grad... Was war das für ein Sound? Wie eine Maus, die zerrückt wird oder so. Ich bin Meister in Sound-Effekten. Oh, man kriegt keinen Feldschaden. Oh, nein! Ja, bleib doch schnell! Nein! Niemals! Alter, hast du mich grad gewonnen? 80? Ja, hab ich. Oh mein Gott! Komm her! Speedrunner! Professioneller! Oh, verdammt! Nein! 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 Okay. Ja, ich muss sagen, Leute, das war genug gesiegt für heute. Das war's auch mit dieser Folge. Heilen Sieg! Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst einen Daumen hoch da. Und schreibt gerne einen Kommentar, welche Map ihr als nächstes sehen möchtet. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao! 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 Untertitelung des ZDF, 2020